Ich glaube, das ist beides nichts für mich. Ich bin zu alt für beides. Derby. Berle, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich mag es auch steilisch, im Gegensatz zu dem, was die meisten denken. Whatsapp. Gibt es denn beides nicht? Lesen tue ich mich schwer, ich kann nur Ausschreibungen lesen. Beides, äh, Fernsehen. Fernsehen. Salzig, salzig. Süß. Gar nichts. Na, Ehe jetzt. Ehe. Kommt die Tageszeit an. Ich würde aber sagen, gute Laune. Gute Laune. Wieder noch. Frühkölsch. Ganz viele. Viele. Eins. Ja, leise fluchen ist besser, glaube ich. Beides. Wenn was zu fluchen ist, muss laut sein, dann muss es ja jeder hören. Kann schon laut sein. Äh, laut. Das ist jetzt aber beides. Schweren Herzens, aber mittlerweile Deutschland. Das ist alles nichts für mich. Ich nehme beides. Ne, Christina. Ich habe keinen Blassenschimmer. Fahrradfahren. Spät. Beides. Beides. Es ist nicht. Fleisch. Beides. Da kann ich nicht mitreden. Das kann ich nicht mitreden. Vorher. Vielen Dank.